Also es gibt ja, es gibt ja vier Highline Classic, richtig? Einen Priester, einen Shaman, einen Paladin und einen Druiden. Und ein Reste-Shaman ist mit Abstand für mich der Beste und Interaktivste. Ich meine Paladin. Paladin spammt Holy Light und je nachdem, oder halt Blitzheilung, je nachdem was du für ein Gear hast und für ein MP5. Und dann hast du noch alle 15 Minuten, alle 15 Minuten voll, voll, alles durchmachen. Das ist im Endeffekt Paladin-Gamplein. Priester ist auch ganz cool, aber du kannst zum Beispiel so Sachen wie Powered Shield, darfst du auf dem Mainten gar nicht nutzen zum Beispiel. Wegen, wegen, wegen hier Wut. Ist auch okay, aber auch im Endeffekt langweilig für mich. Dann hast du Druide, ist ganz geil, aber die Hots beim Druiden sind super schwach. Im Endeffekt machst du Feenfeuer und dann drückst du deine eine Heilung. Also die Hots sind nicht so insane. Und dann kommt der Shaman. Und du würdest sagen, okay, Shaman ist ja auch nicht so hart. Du hast einfach nur Chain Heal. Richtig? Aber ein guter Schamane, der ist super aktiv. Der ist nämlich die ganze Zeit am Totem-Twisten. Und wenn du ein guter Shaman bist mit dem Totem-Twisting, ist das ein super geiles Minigame. Na, du hast ja oben dann deinen Windfury. Dein Windfury geht 10 Sekunden. Also ist ein 9 Sekunden-Buff. Und während Windfury willst du dann reincyclen, das Aggie-Totem. Und bevor das ausläuft, während der Heilung, musst du dann wieder rüber-swappen aus Windfury. Mit Doppel-Uptime. Also Totem-Twisten macht halt den Shaman, finde ich, zum geilsten und interaktivsten Heiler, den es gibt. In Classic WoW. Und wenn ich einen Heiler spielen würde, würde ich auch einen Shaman spielen. Definitiv. Aber ich muss auch sagen, Priester und Droide habe ich noch nicht aktiv gespielt. Das kann auch komplett ein Mist sein, weil ich hier laber. Aber so kommt es mir vor. Also Shaman ist wirklich ein Beifahr der Geilste.